Zum vierten Mal eröffnet die Grazia die Mercedes-Benz Fashion Week mit einer Preview-Show und diejenigen von Ihnen, die schon mal hier waren, die wissen, es ist eine exklusive Vorschau auf das, was in den nächsten Tagen hier passiert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.